So, kurze Pause. Ich hatte nur das Essen. Es gibt Essen. Hat Tante Bull... Tante Bull hat etwa gekocht oder was? Ich habe gekocht. Was hast du uns für heute noch heute schönes Kredenz, sag mal. Ich habe gekocht. Ich habe euch einen schönen Gulasch bekommen. Einen schönen Gulasch? Einen schönen Julasch? Einen schönen Tag.